Gut, jetzt setzen wir das Goldschild ein. And then. Things happen. Ich weiß nicht, ob da noch ein Rätsel kommt oder ob wir dann direkt den Schlüssel bekommen. Achso, ja, Moment. Da, bitteschön. All right, gehen wir mal zur Uhr. Wenn die beiden einander erstochen haben, liegt der Weg in ihr Schicksal frei. Anscheinend können sie die Räder am Uhrweg drehen. Oh, klar. Welches Rad möchten sie drehen? Oh, leck mich doch, Mann. Klein manchmal. Ja, wobei... Warte mal. Mach mal das Kleine. Ich kann es doch rechts rum drehen. Na gut, jetzt ist es zu spät. Den auf... War das 6 Uhr? Don't know. Aha. Oh, 6 Uhr war richtig nice. And we get a new house-Schlüssel. And this house-Schlüssel is... Äh... Ein Schild. Äh... Geil. Ist das das richtige Wort dafür? Ich hatte eigentlich eher auf den Helmschlüssel gehofft. Aber, äh... Gut. Das ist doof ist, da ich mir ja nie mehr... Habe ich eigentlich hier geguckt, welcher das ist? Ah. Äh... Ne, der Schildschlüssel... Wo kann ich denn den Schildschlüssel einsetzen? Der Zapperlot. Hier? Äh... Ich kann ihn überhaupt irgendwo einsetzen, ist die große Frage. Der Schildschlüssel... Oh, leck mir doch die Nüsse, ey. Gut. Gehen wir mal kurz hoch. Ne? Wir gucken mal, ob wir den oben vielleicht einsetzen können, wenigstens. Würde ja auch schon mal helfen. Oh. Hä? Habe ich das nicht probiert? Okay, das war die letzte Tür für den Rüstungsschlüssel. Geil. Sehr gut. Okay, wo zum Fick bin ich hier gelandet? Munition nehmen wir mit. War hier noch ein Kraut? Ne. Wo bin ich hier denn? Also an sowas kann ich mich auch nicht mehr ändern. Hier ist noch ein Dolch, den nehmen wir natürlich gerne mit. Was ist denn er? Achso. Dein Körper ist von tiefen Wunden übersät. Was kann ihn so zerrissen haben? Ähm... Pfff. Eine Maus? Forrest hat ins Gras gebissen. Er scheint schon eine Weile tot zu sein. Okay, ja, scheint ihn jetzt nicht unbedingt zu interessieren, aber wahrscheinlich steht er gleich wieder auf und dann... Oh. Oh, shit. War so klar. Und... Warum? Ich hab doch... Hä? Okay, wait. Ich hab doch einen fucking Dolch, Alter. Oh, warte. Jetzt... Warum nimmt er denn den Scheiß durch? Nicht? Auf, hübsch aus, jetzt. Kleiner Stricher, ey. Mann, 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 Mann. Okay, ich nehm' einfach beide draufgeschissen. Okay, das Green. Okay, das Green. So, jetzt mit dem neuen Schlüssel öffnen sich mir natürlich komplett neue Wege. Und zwar gehen wir jetzt mal nach oben, also nicht nach oben stockwerkstechnisch, sondern kartentechnisch nach oben. Ähm... Und zwar... Ja, gut, jetzt, wir gehen jetzt oben durch die Tür, den Gang lang und da, wo die rote Tür ist. Ich will mal wissen, ob ich das jetzt öffnen kann. Weil, äh, jetzt, äh, es beginnt von vorne. Türen abklappern, gucken. Was kann ich da machen? Was nicht? Schönerstags to be you, man. Oh, nee, Alter. Geil, Alter. Boah, voll weggefetzt, die Birne. So muss das sein. Okay, wir gehen hier durch. Yo. Ich glaube, jetzt habe ich auch kein Magazin mehr. Das heißt, ich habe jetzt einen Platz mehr frei. Ich gucke. Oh, yeah. Nee, doch nicht. War Quatsch. So, na gut, gucken wir mal, ob der Schildschlüssel... Warte, nee. Doch, ob der Schildschlüssel der richtige hier ist. Wäre halt schon toll, um irgendwie weiterzukommen oder so. Oh, fucking Helmschlüssel, ey. Also, ich sag mal, wenn wir den Helmschlüssel irgendwann kriegen, ist das natürlich schöner, wenn ich dann alles schon mit dem anderen Schlüssel geöffnet habe. Ich sag, der hat kein Problem mehr, wa? Das heißt, hier auf der Seite oben kann ich nichts öffnen. Unten eventuell die eine rote Tür noch. Fuck, war das der Helm, oder? Ach nee, das war dieser kleine Kackpistel. Ja, 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 ja. Ich mach die jetzt auf, weiß ja, jetzt, also... Ist das Safepoint hier unten? Natürlich. Speicher, glaube ich, auch mal. So. Ja, die Masken hätten wir natürlich noch, aber... So, den nehmen wir erstmal mit, weil ich mach jetzt mir die Tür da auf, weil der nervt nicht. Yo. Ich muss pieseln. Nee. So, so, so. La, 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 la. Verband kommt wieder rein. Ja. Ich mach das jetzt einfach hier hin. Okay. Yeah, yeah, yeah. Wir sind sogar richtig hier unten. Schön. Ich geh mal kurz auf Toilette. Und dann mach ich weiter. Also, würde ich sagen, bis gleich. So. Weiter geht's. Das werden wir mal, äh... Joa, gucken, ne? Ich bin mir nicht sicher. Ich will jetzt versuchen, die Tür hier direkt zu nehmen. Oh, Gott. Alter. Okay, das heißt, ich muss den langen Weg nehmen. Geil. I like. 10 out of 12, 13, 15. Ach, nö. Jetzt muss ich echt den langen Weg gehen. Das ist so nervig, ey. Uff. Na gut. Also, letztlich, du machst da halt nix. Was soll ich jetzt tun? No, da durch. Dann gehen wir gleich runter. So, hier gehen wir jetzt die Treppe runter. Und dann müssen wir halt den ganzen Weg außen langen, um versuchen zu können, die Türen zu öffnen. Yippie, yay. Yay. Die hab ich probiert, ne? Zwar Helmschlüssel, ja. Das einzig Gute ist, wenn ich hier alle Türen teste. Und ich den Schildschlüssel auch nicht mehr brauche. Oh, und geht nur noch eine einzige Sache. Und das ist dann der Helm... Ne, den Schildschlüssel. Genau, wenn ich den nicht mehr brauche, alle anderen Türen sind mit dem Helmschlüssel zu machen. Das ist schon ganz geil dann. Das weiß man dann wenigstens. Aber ist halt echt nervig, ne? Das ist halt echt, echt nervig. So, jetzt hier lang den Weg... Als ob. Als ob. Das ist ja so ein schneller Boy. Hi. Oh Gott. Das ist manchmal komisch. Warum liegt hier auf einmal so ein schneller Zombie? Oder ist es, wenn du dir schießt, dann... Wenn die dann wieder aufstehen, sind die krasser. Ich bin mir nicht sicher. Okay, absolut bescheuert, was ich hier mache. Aber macht nix. Ich wollte sowieso die Tür hier probieren. Oder ne. Die probiere ich nicht. Die mache ich einfach auf. Dafür habe ich ja den Schlüssel. Dann gehen wir wieder in die Haupthalle rein. Und dann ist Geilo. Ach, da brauche ich das Wappen der Spenschers. Juhu. War hier noch irgendwas? Weil der Weg dahin, der ist auch noch rot. Oh. Oh. Nehmen wir mit. Und grün. Nice. Okay. Jut, 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 jut. Jetzt gehe ich hier rein. Da muss ich mal kurz gucken. Gehe ich jetzt nochmal speichern? Gehe ich nochmal speichern? Ist da noch einer drinne? Pass mal auf jetzt. Ne. Pass mal auf jetzt. Wenn wir jetzt folgendes. Wir gehen jetzt mal hier oben lang. Ich glaube, da ist noch der schnelle Zombie drin. Den klatsche ich jetzt weg. Hoffe ich. Ich habe nichts zum Heilen, glaube ich. Ja, doch. Ja, doch, doch. Ah, ist easy. Okay. Wenn der schnelle Zombie noch ist, dann muss ich halt ganz viel, ganz schnell schießen. Achso, oder ich gucke erst mal die Tür. Die ist von der anderen Seite. Hä? Da komme ich noch nicht hin, okay. Waren hier Heilpflanzen? Ne. Hier. Insvisiv. Ach, schon tot. Okay, warte mal. Hä? Ah ja. Heilpflanzen. Nehme ich auch direkt. Macht mich nämlich gesund und munter. Die nehme ich aber auch mit. Weil, warum nicht? Ja, geil, ne? Geil. Jetzt gibt's... Doch, gibt's ja. Doch, 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 doch. Doch, 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 natürlich. Hier, zack, durch. Also bisher war der Schiedschlüssel echt, äh, scheiße. Hä? Oh Gott, ey. Ha. Ha, ha, ha. Okay. Da könnte noch was sein. Also bisher war der Schildschüssel echt beschissen. Muss ich ja mal so sagen. Der hat mir nämlich noch gar nichts gebracht. Ach, Mensch. Ähm, nee. Moment, jetzt alles falsch hier. So, zack. Die packen wir einmal dahin. Das packen wir hier rein. So. Muss ich ja trotzdem behalten, ne? Speichere ich nochmal, nö. Wird schon schief gehen. Okay. Dann nochmal hoch. Scheiße. Ah, jetzt hab ich nix mehr zum Hauen. Schade. Geh weg. Möchte nicht abgekundet werden, bitte. Ah, ist das belastend, ey. So, von hier. Ich bin echt mal gespannt, wofür ich diesen scheiß Schildschlüssel brauche, ne? Aber wenn der jetzt hier auch nicht ist, ganz ehrlich, dann gibt's eigentlich keine Tür. Ein Helmsymbol. Hä? Alle Türen hier sind mit nem fucking Helmsymbol versehen. Das kann doch gar nicht sein. Also. Pass auf. Wo bin ich denn jetzt? Warte. Hier. Die, da brauch ich den Helmschlüssel. Ich glaube hier, die erste rote Tür, brauche ich den Helmschlüssel. Hier brauche ich, glaube ich, den Helmschlüssel? Ich, pfff. Hm. Ja, gut. Da ist noch ein Durchgang. Da bräuchte Spenser-Symbol. Da bräuchte ich auch irgendwas. Die Tür wird nicht gehen. Die war von der anderen Seite verschlossen. Jo, Alter. Keine Ahnung. Och, Controller. Ach, ist das belastend. Ich kann nirgends wo diesen scheiß Schlüssel einsetzen. Habe ich nicht alle Türen durchprobiert? Bin ich zumindest der Meinung. Ich probiere die halt nochmal aus. Nicht verschlossen. Helmsymbol. Mann ey, dass man da nicht einfach vorbeirennen kann, ne? So, hier ist noch... Das ist meiner Meinung nach auch mit einem scheiß Helmsymbol. Das war nicht die richtige Tür, glaube ich. Ciao. Ups. Achso, ach, kacke. Ich muss erst mal... Ja, gut, warte. Einmal hier durch, dann dadurch. Lalalalalalala. Lalalalalalala. Genau. So. Okay. Kann ich diese Türe öffnen? Das wäre total toll, weil ich muss ja irgendwann mit dem Scheiß... Die ist von der anderen Seite verschlossen. Alter. Hm. Okay. Das geht nicht. Die ist von der anderen verschlossen. Dementsprechend kann ich die nicht probieren. Da waren die Spinnenweben vor. Das funktioniert, glaube ich, auch nicht. Und die Tür da oben ging auch nicht. Alter, ich habe nicht mehr viele Türen. Ich komme jetzt aktuell an... Eins, zwei, drei, vier, fünf... Sieben Türen dran, acht Türen. Bei 32 brauche ich definitiv ein Symbol. Oder ein Wappen. Je nachdem. Also, was mache ich mit diesem Scheiß-Schlüssel? Oder geht das dort? Hm. Ich kann es nur probieren. Huch. Weil ansonsten bin ich jetzt, wenn ich ganz ehrlich bin, gerade mal am Ende meiner... meines Lateins. Mir fehlt ja noch die vierte Maske. Ich habe echt keinen Plan. Ach, ist das belastend, ey. Oh. Wow. Okay, du kannst aber... Okay, alles klar. Dafür war der für eine einzige Tür am Ende... Okay. Da gehe ich jetzt aber nicht rein. Nee. Never ever. Ich... Äh, jetzt mal kurz zum, äh, Speicherpunkt. Raumgedöns. Das sind Spiele... Ich weiß... Ich weiß ja nicht, ob da vielleicht ein Bossgegner kommt. Aber... Da muss man halt sagen, es wäre ja durchaus möglich... Dass es dem so ist. Weil ich meine, da sind überall Spinnenweben und keine Ahnung. Vielleicht passiert da auch einfach gar nichts. Aber da... Oh, nee, Alter. Wo ist denn? Ich habe ja ver... Warte mal. Äh, genau. Das ist noch eine Warnung. Alles noch gut. Hm. Verrückt. Verrückt, verrückt, verrückt. Definitiv. Einmal verwenden. Ich nehme mir ein neues Ding raus. Können wir auch ein Spray nehmen. Ist eigentlich scheißegal. Achso, kacke. Das Farbmann würde ich ja auch haben. Ich werde sie nämlich nochmal speichern. Halte ich für eine gute Idee. Muss ich, äh, gestehen. Deswegen machen wir das jetzt. Okay. Farbmann wieder rein. Wie gesagt, ich nehme die Schotty mit. Und falls da irgendwie ein Gegner kommt, der ein bisschen krasser ist. Fühle ich mich damit ein bisschen sicherer. Oh, jetzt steht der hier auch noch genau vor. Willst du mich eigentlich verarschen? Ah, die Sounds. Okay, jetzt bin ich wieder hier. Wo wollte ich denn jetzt eigentlich hin? Stimmt. Richtig. Da rein. Ärgerlich natürlich, aber ich bin noch gesund. Alles noch cool. Weil falls jetzt irgendein Gegner wartet. Ich bin bereit. Ich habe mich bestens ausgerüstet. Zumindest mehr oder weniger bestens. Schauen wir mal. Was hier passiert? Ah ja. Erstmal nichts. Okay. Hi. Ja, hier ist die Maske. Blöde. Okay. Komm, bin ich weg. Ah, du blöde Mutter. Komm, bin ich hier gar nicht weg. Scheiße, ich bin vergiftet. Das ist halt kacke. Ich habe noch gar keine blauen gefunden, Alter. Oh. Nee. Scheiße. Nachladen. Uncool. Einfach ein bisschen ballern. Ist sie tot. Ist sie tot? Alles gut. Okay, die letzte. Vergiftet. Ich muss den Giftstatus an. Aber hier ist noch irgendwas drin. Ah, Munition. Ja, nice. Okay. Dann. Ja, nichts zurück, ne? Die Tür ist kaputt. Das heißt, die kann ich benutzen. Was blöd ist. Aber macht auch nichts. Wir gehen jetzt erstmal kurz zurück, äh, zu dem Raum. Weil da ist ja, äh, Schnuffelchen drin, ne? Die gute Rebecca. Die wird mich schon heilen, irgendwie. Das ist so dumm. Ich kann zwei Türen nur in eine Richtung benutzen. Was total dummes. Oh, shit. Oh, du. Ich warte. Oh, spielen wir jetzt Rebecca? Nice. Jetzt muss ich wieder da hinlaufen. Äh, leg mir doch am Arsch, du. Ähm. Ähm. Okay. Ich bin da. Ja, easy eigentlich. Hat hier irgendwas krasses bei? Nö. Ah, die hat das Feuerzeug gezockt. Alles klar. Im Grunde ist das jetzt nicht so ein krass, ähm, schwerer Weg, den ich mir jetzt merken muss. Wie geht's damit? Ja, das ist ja.